Ich grüße euch, grüße euch zu Tutorial 19, ich mach mal eben Werbung für Konrad, Konrad Elektronik hat wieder was Schönes von ihr, was muss ich erleben, denn so reich wie Joko Witteschweib bin ich nicht, dein Fernsehen interessiert dich nicht für den Medienkanzler, um Gottes Willen, aber der Medienkanzler interessiert dich auch nicht für das Fernsehen, ja, ja, Creator, ja, User Created TV, du bist TV, Web TV, mach dein eigenes Fernsehen, die neueste, meh, das ist, ha, Ja, ja, ich mach wie gesagt eben Werbung für Konrad Elektronik, keine Ahnung, was Joko Winterscheid für eine Werbung macht, Joko Winterscheid braucht keine Werbung, Joko Winterscheid ist die Werbung, ja, aber jedenfalls gibt es hier tolle Sachen, womit man solche Sachen dort machen kann, wie Videoclips, ja, toll verarbeitet, you are created TV, ja, User Created TV, Web TV, du bist TV, das ist und bleibt die Idee vom Medienkanzler, Ich glaube, die bleibt auch und wer mitmachen möchte, kann sich wirklich melden, ja, an alle Homs, Vollpfosten und Trolls, ihr müsst, ich finde es ja toll, dass ihr euch Mühe gebt, Kritik zu üben, ja, ich finde es ja auch super toll, dass ihr meint, dass das hier super schlecht ist, aber ihr habt euch noch nie gefragt, ob das so sein soll, ne, ja, die Schlechtigkeit, ja, Und wie gesagt, ich mache gerne Werbung für Konrad Elektronik, den von irgendwas muss ich erleben, ne, und ich freue mich schon auf Tutorial 20 Und wie gesagt, ich sehe, 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 ich